Herzlich Willkommen zurück hier bei einer Weiterfahrobe Zauberzeugte BANISHED Ähhhhh Wollen wir mal weiter reingucken hier Was haben wir denn jetzt hier gemacht? So, ähm Nahrungsmittelproduktion läuft Hier ist noch eine Kapelle im Bau Ach, hier sind noch ein paar Häuser im Bau Da fehlt noch Genau, den Abbauauftrag hier haben wir schon gegeben 73, ah genau, wir waren hier gerade dabei Neue Blacksmiths zu bauen Weil wir Probleme haben mit den Tools Aber wir haben auch keine Steine mehr Wir haben keine Steine mehr Warte mal, gehen wir da mal hoch auf Am besten nur auf 25 Sonst kriegen wir hier echt Probleme Genau wie die Miner auch mal auf 25 hoch So, du kannst schon abgegradet werden Wir sind bei 180 Häusern Da ist eine Kirche, da fehlt noch Masse, dann Stein und dann Eisen Da ist eine Kirche, da fehlt noch Masse, dann Stein und dann Eisen Da ist eine Kirche Aber der Abbauauftrag hier vorne Ja, der ist noch Und der Abbauauftrag hier ist auch noch Und hier kommt mittlerweile ordentlich Milch ran, aber noch nicht genug Die Millern Wie sieht es meine Millern aus? Sie könnten auch noch ein paar vertragen, aber ich glaube Ich glaube Na egal, wir setzen hier mal die 6 rein Es kommt ja hier gleich 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 Ach, hier muss noch einer Der hier muss auch komplett weg Also hier ist auch noch ein Abbauauftrag hin Also hier ist auch noch ein Abbauauftrag hin So, da ist der nächste Blacksmith fertig Und da fehlen noch Steine und ein bisschen Eisen Und hier fehlt nur Stein Aber wir sind hier schon runter bei 42 und 45 Harteck, ich hoffe mal, dass hier mittlerweile Ne, 4 Candles Federn, Baumhiel, Locker, Charcoal Wir gehen hier mal auf dem Count von 250 runter Und erhöhen die Charcoal mal auf 3000 Und da erhöhen die Charcoal mal auf 3000 Bauen, Mädel, sollen sie alles reinpacken Biswax 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 Und dann haut hier mal das Terro ein Biswax 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 Und dann haut hier mal das Terro rein So, vier Candles haben wir da schon. Wir haben hier schon 3000 Holzkohle gespeichert. So, hier geht es auch weiter. Häuser sind soweit durch, da haben wir die Dairy, die hat noch nicht genug, hier fehlt noch Steine und da fehlt auch noch Steine. Und da fehlt auch noch Stein und da fehlt auch noch Stein. Okay, also Steine haben wir im Moment ein großes Problem. Wie sieht das jetzt aus, wo kommen die Leute her hier? Überall von hier und von da hinten. Überall von hier und mittlerweile auch von da hinten. Die kommen auch von da hinten, die kommen auch von da hinten. Das heißt, wir bräuchten eigentlich hier unten auch noch mal Wohnungen. Aber dafür haben wir halt im Moment die Steine nicht. Aber wir können sich hier schon Auftrag geben. Dann packen wir hier nochmal zwei mal sechs Wohnungen hin. Und wie sieht es hier mit unserem Dings, das Coaching hat alles raus. Das kann auch geupgradet werden. Dann packen wir hier mit dem Dings, das Coaching hat alles raus, das Coaching hat, das Coaching hat. Ah, Blacksmith, ja, B. Dann haben wir im Moment zehn. Hier macht Charcoal. Das heißt, wir könnten theoretisch hier auch auf 5000 hoch gehen. Und können die wieder starten. Jetzt haben wir natürlich gerade eine allgemeine Sterbewelle. So, wir sind hier schon in der Erntephase. Und die sagt uns mit Weizen. Haben wir nicht hier, ne? Die sind auch alle voll hier. Die sind auch alle voll hier. Und das sind auch alle voll hier. Wir sind hier. Das ist auch alle voll hier. Das ist auch alle voll hier. So, dann wäre jetzt im Moment dran, dass als nächstes hier hinten dann ein neuer Central Market hinkommt. Und das gleiche hier drüben wahrscheinlich auch. Genau das gleiche hier drüben auch. Der Central Market wäre dann auf der Höhe und auf der Höhe. Das heißt hier müsste er hin. Den können wir da auch schon hinsetzen. So, jetzt haben wir einen Händler. Wollen raus geschafft. Okay. Ich hätte gerne das Silber. Und das Gold. Genau, das nehmen wir. Und dann können wir da sehen. Melter, Silberpfennig und Goldgilder. Da ist Goldgilder. Stopp, 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 stopp. Die Null muss da weg. Und Silberpfennig. Silberohr. Wie heißen die? Silberpfennig. Wir können nicht auswählen. Und so, wir können mal auswählen. Und dann ist es echt wichtig. so du kannst so wie du ja hier unten fehlt immer noch das ganze zeug hier sind nur steine da da noch nicht dort auch noch nicht und dort auch noch nicht wie gesagt es scheitern stein 830 stellen moment her 89 wir sind jetzt bei knapp 83 aber wenn man das hier mal anguckt grafen ob es gut muss auf 64.000 steigen aber ich wollte euch den grafen hier mal zeigen jetzt in den letzten zwei jahren also wir haben jetzt hier ganz gut ja man erkennt sie es schlecht wir haben jetzt auf jeden fall ganz gut zugelegt wir haben jetzt 172 kinder und 131 studenten also kommt auf jeden fall wieder einiges nach und wir haben 300 leute nachrutschen und wir haben auch eine kapazität von 320 also sollte passen 246 214 252 222 ist zu wenig 224 225 235 245 245 245 255 255 255 255 255 255 255 255 265 265 265 265 265 265 265 wir ziehen ja hier jetzt schon nach die frage ist halt ob das noch rechtzeitig ist oder ob es zu spät kommt dass wir hier ins minus laufen auf null bestand so auf jeden fall wird es hier ordentlich getragen und wir sind nicht hoch genug gekommen wir konnten zwar die nahrungsproduktion weiter steigern aber noch nicht in dem stil wo wir es bräuchten